Die schneidet schon wieder Luzikocke und ihre Mut Luzikocke Was geht Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich bin Peppa Schnutz Da stand bestimmt dieses Video es ernst zu nehmen und für Kinder geeignet Das ist ein kleiner Junge Den ich in Kleingesperrt hab Was 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 Das hängt schon mal Jungs an Geil Das ist Mama Schnutz Und das ist ein Spast Peppa Schnutz Das kann nur geil werden Der Drogenhandel Es ist ein schöner sausiger Morgen Was für ein wunderbarer Tag zum Kacken Ich brauch auch immer schönen Tag zum Kacken Bei schlechtem Wetter lässt sich's nicht gut pressen Was zum Oh scheiße Oh Oh Papa Wutz ist tot Bei Wetter gefragt Schorsch will Fortnite spielen Cool Schorsch wir können gerne Fortnite spielen Aber erst wenn ich wieder Arbeit fertig bin Oh Die schneidet schon wieder Luzi Kocke und ihre Mut Luzi Kocke Luzi Kocke ist immer dabei Du Luzi Kocke ist immer dabei Du Luzi Kocke Luzi Kocke Hättest du doch sowieso immer Ich Wo kann ich diese Sportart erlernen? Mama Das ist keine Arbeit Lass es kackeln Oh Pepper und Luzi sind bei der Spastgruppe angekommen Hallo Zusassung Hallo Pepper Hallo Luci AIm Hallo, Klor, heute spielen wir ein Kaxladen. Ooooooh! Wer möchte gern Verkucker sein? Ich! Ich! Oh, Verkucker! Wer möchte gern Verkucker sein? Ich! Pepper und Lucy sind die Verkucker und alle anderen können sich wie Kinn. Pepper und Lucy tun so, als wären sie Verkuckerinnen. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Bist du dumm? Ja! Bist du dumm? Haha, das ist juck! Also, ich kacke das Geld an, Lutz. Wer Geld kacken kann, hat's Leben erreicht, Alter. Hahaha, das ist juck! Und du räumst die Regale mit Drogen ein. Ja! Da, 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 da hast du einen guten Laden. Ja, gut. Dann machst du einen Klack wie Pfeff, ist der erste Spass. Hallo, Ren. Hallo, Herr Pfeff. Hallo, Ren. Ich hätte gerne ein... Gut, dass die Kassiererin weiß, wie der Herberkunde heißt, Alter. Eine Packung Kokain, Lucy. Vor allem, das ist ja nicht gut wie Kok-Kain. Haben wir eine Packung K-Kain? Ja, Kok-Kain. Oh nein! Oh nein! Und wie viel kostet das denn? Das macht genau 100 V-Bucks, bitte. Haha, jetzt wird im Real Life auch schon mit V-Bucks bezahlt. Geil! Oh mein Scheiß! Ohohoho! Ja, Schrottfelle, Besieg, Pistole. Klausi Pfeff ist tot. Der nächste, bitte! Ihr Sterne, oder? Di... Hallo, Vokkkarin! Vokkkarin... Das ist so geil, Ja, alter. Kann ich nein? Kann ich bitte nein? Haha, der Kommt nicht mal irgendein- Kann ich bitte einen US-Kock bekommen? Ohohohoho! W Uran! Also wenn du dich von Haus aus hast, würde ich mir Gedanken machen! Ja! Brauchen Sie auch eine Tüte dazu, mein Herr? Ja, ger'n! Die kostet dann ein V-Bucks bitte! Ja, seure Tüte, Man! Ich habe gar kein Geld dabei, dann fick dich halt. Boah, das ist ganz schön viel Scheiße, ja. Hallo, du Beklopteverkacherin, was? Du Beklopteverkacherin, ich scheiß mich so alt, dass ich nicht mehr scheißen kann. Was kann ich bitte für eine Million Tausend Vopax kaufen? Die kannst du mir geben, Alter. Was haben wir für eine Million Tausend Vopax? Eine Karotte mit Kokain. Ja, gern. Luisa Löffel liebt Karotten mit Kokain. Das ist echt so geil unterwegs. Es ist Zeit für Pepper und Luzi die Spastgruppe zu erschießen. Oh Gott, jetzt geht es wieder los hier. Jetzt wird man wieder umgemordet. Eine Ewigkeit später. Marcel, der Wies ist gekommen, um Pepper und Luzi abzuholen. Oh nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, da war wohl kein Modem, deswegen der Unfall. Bla, 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 bla. Was, liebe Frau Gocke. Sie denken doch nicht bloß, dass sie sich... Was, nach Eination einfach davon weg... Davon weglaufen können? Das nächste Mal bin ich mit... Schieße Apparat... Oh, Alter, diese roten Linien, die stören mich dabei. Und werde dich damit zerfetzen, du gehörst. Weißt du, gestörter Spastin. Was? Bla, bla, bla. Das war's. Und... Droppen. Mama Wutz ist fertig mit ihrer Arbeit. Ah ja, alles klar? Also gut, Schorsch. Vielleicht? Also das mit den Lesbäumen hat heute überhaupt nicht geklappt, Mann. Können wir jetzt einmal Fernloch spielen? Das haben wir uns verdient. Aha. Papa Wutz wurde wieder gebläbt. Wieder bläbbt. Wieder bläbbt. Bestimmt am Bus. Unartige Mama, du spielst jetzt auf Nacken. Genau, weil Schorsch und ich mit der Arbeit fertig sind. Nicht wahr? Oh, Kinderarbeit auch noch am Start, Alter. Du fischst. Wenn alle mit der Arbeit fertig sind, dann können wir jetzt alle kacken. Oh, gemeinsam kacken, Alter. Hoffentlich ist das Badezimmer groß. Oh, das war ultra geil, Alter. Das war zu geil, diese Folge, Mann. Ich brauch mehr davon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like damit. Nicht die Soundabonnieren. Dies sind die Partie-Micht. Und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.